Nils, Spanien. Madrid. Richtig. Anna, Türkei. Ähm, Istanbul. Falsch. Ankara wäre es gewesen. Summer, Russland. Äh, keine Ahnung. Moskau. Dr. Renz, Portugal. Lissabon. Korrekt. Leonard, Österreich. Wien. Yes. Lothar, Japan. Dokio. Richtig. Weiter geht's mit Valerie. Italien. Rom. Rom ist richtig. Hans, Tschechien. Prag. Richtig. Nils, Polen. Warschau. Yes. Dr. Renz, Australien. Melbourne. Ja, man denkt immer, Sydney oder Melbourne. Richtig wäre Canberra.